Und willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead, Episode Nummer 1, mit dem Sachsen Let's Player. Und wir wollten uns jetzt eigentlich nach draußen begeben. Also müssen wir uns lieber bei denen hier ansprechen. So, uh, let's go have a look around. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Jesus. They just eat. As far as I can tell, that's all I care about. And if one gets you... They eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Okay, I'll head to him. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we could make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it to work with those TVs across the street. I just hope the power is still on. You can just do that? Well, I memorized all the codes when I was in AV. Let's try it. Well fucking done, Doc. All that dork nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? I got a few of them to take notice. But not enough. I can't reach that brick. I can't reach that brick. Doug, you want to get this door open? About that. You've got the count, alright? No. Did anyone ever have it? Look, man. There were a lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also partying to some egregious fire code violations. That is of course more than bad. The stone can't reach us. The hindrance is still there. Open sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. I know, Doug. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? I think they're most of who you see wandering around out there. I can't reach that brick. You can't reach that brick. But then we have to go back to the middle. I think they're more than that. Let's head back inside. Ich brauche irgendwie Werkzeuge, so in der Richtung. Ich versuche, etwas Rass zu bekommen. Wie kann ich mit diesen Sachen da draußen? Jetzt drehen wir da hinten. Danke für den Hinweis. Ich versuche, den Metcoli. Du bist ziemlich gut. Du bist nicht mit einem Reporter, besonders einer, der drei Tage aus der letzten Koffie ist. Du bereit? Du bereit zu gehen? Du hast es. Du? Ja. Ja. Los geht's. Oh, oh 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 oh. Oh, oh oh. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Was? Und dann, da oben in der Körner room, ich hörte grünen von innen. Wer ist das? Es ist eine Frau. Wir sprachen und sie hat Angst. Ich versuche, um sie zu helfen und sie beginnt zu grünen und zu sagen, dass ich mich verletzt. Ich versuche, um sie zu verletzten, dass ich nicht war, und das ist dann alle diese Leute aus der Forst kam. Ein paar haben mich fast verletzt, und ich bin in der Eis-Machin. Glückwunsch du. Jetzt gehen wir. Wir können nur sie weg. Damn, richtig wir können. Ihr seid ihr zuhidraten. Über eine Frau. Ich versuche sie, mit oder ohne dich. Ich denke, ob es dich war. Okay, wir gehen uns Glens damsel in Distresse zu retten. Tja, und das war hier ein bisschen kompliziert. Aber schnell wird es größer. Das ist der Plan. Wir wissen nicht, wie schwer es wird, um sie aus diesem Raum zu entfernen. Ja, es ist abhängig. Also müssen wir alle einen von ihnen in hier töten. Wir schlafen immer diese Dinge. Jetzt schauen wir uns nachher. Oh Mann, sie hat etwas zu essen. Also haben wir das da, da unten, nah an. Oh, 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 oh. I wonder if there's anything in the picker. Hey, man, that drew some attention. Be careful. Yeah, took. Done trying to punch out window. Yeah. You need to find a weapon. You can do something with that car, I bet. If it weren't for that fellow lurking near the front. Let's keep looking around. Let's keep looking around. Good luck smothering them to death. That's that really what I have in mind. And now I'm going back. Okay. One, two, one, three, one, two, one, two, one, two, one, three. Hm, look. Ich bin schon dabei, jetzt quatsch ich an die Blöde, hab's doch. Ich bin schon dabei, ich glaube, das habe ich für Diener Trink gemacht, oder? Aber die Blöde? Just follow my lead, stay right behind me. That was sick! Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Wir sind wie auch die Blöde. Oh, 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 oh. Gut, da hat man das scheiß Ding, oh. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Gut, komm, zurück. Also mit den Namen wissen wir schon noch nicht so genau, oh. Ich würd nur sagen schieben. Ja, da kommt ein Auto. Das ist awesome. Das ist ja bloß noch das Problem. Das ist nicht so genau weiß, was wir mit den Deppen da machen. Aber meines Erachtens war ja nachgeschmarrt. Also müssen wir hier hinten wieder zurück. Das ist ja schon. und zack nochmal gut dude where'd your weapon go holy shit it's cool now we've got this are you two done so also nehmen that should help und wenn wir jetzt hier hochstürmen was dann passiert dass man seht ihr dann morgen in der nächsten folge ich bring mich mal wieder fürs tüchern leute bis dann